Die Gauner, die Gauner von Stadterldorf und Umgebung ist doch klar. Diese Leute glauben ja, sie sind die größten, ja. Wenn sie ja 56 Millionen, ja, ergaunert haben und so weiter, ja. Und dann haben sie alles, ja, auf die Aktien gekauft, doch, ja. Und auf einmal haben sie abzinkt, sie vermehrt, doch, ja. Wenn die Aktien waren im Keller, ja, und jetzt haben sie so viele Milliarden, ja. Und glauben, sie sind die größten, ja. Und sie glauben, sie können sich im nächsten Leben, ja. Eine, eine gute Sache kaufen, ja. Aber das wird ein Irrtum bleiben, ja. Denn der Pfarrer, der was sie kauft, sie lassen, hat doch, ja. Ja, wird er gemeinsam mit die anderen, ja, in die Hölle fahren, ja. Ja, denn keiner, keiner kann ich sagen dir, was genommen hat von diesem Geld, doch ihr, was er noch nicht gehörte, ja. Wird in die Hölle fahren, für immer, ja. Und keiner wird bleiben, auf dieser Erde. Und jeder muss mal sterben. Und einmal, dann kommt der Teufel, geflogen. Und wird die Seelen alle mitnehmen, ja. Von Städtel-Dorf-Umgebung, ja. Und in Zweitviertel rauf, ach, ja. Viele jammert und noch schreien wird es, ja. Heulen gehen, ja. Durch die ganzen Niederösterreich, ja. Oder ganz Österreich, ja. Wird aufgeheult, ach, ja. Und jeder sagt, hätte ich nur nichts genommen, ja. Ja, aber hast du was genommen? Na, dann hast du ein Problem. Der Teufel hat dich schon gesehen. Und er will dich holen, ja. Mit der Kutsche geht's dann in die Hölle, ja.